Mein Name ist Waldemann Thunhauser und meine Tochter, die Alexandra, besucht seit drei Jahren die Karate-Schule Geiger. Unser Ziel war von Anfang an, Alexandra war ein sehr zurückhaltendes Kind, etwas schüchtern. Und durch den Karate-Unterricht hat sich ihr Selbstbewusstsein verbessert und sie hat mehr Mut bekommen und auch Durchsetzungsvermögen. Magst du auch was sagen? Ja, und am Anfang, wo ich zu Karate gekommen bin, konnte ich gerade mal eine Liegestütze, jetzt kann ich ungefähr 15 bis 20 am Stück. Ja, und sie hat ein viel besseres Körpergefühl bekommen und ist auch sonst sehr gerecht und hat ein sehr gutes Gerechtigkeitsgefühl. Dankeschön.